ladies and gentlemen monster hunter world so es geht weiter die letzten paar parts waren mega schlimm ich weiß es war mega schlimm ja jetzt geht es mir besser ich bin nicht mehr so schlecht gelaunt ich war sowieso nicht schlecht gelaunt es ging wir haben einfach zu lang gebrauch für paar sachen egal so was muss ich jetzt machen uralter wald da müssen wir hin glaube ich so genau aufbrechen ja jetzt do it taxi so viel ist nicht zu liken zu teilen zu abonnieren zu abonnieren zu bis liken was euch die videos gefallen oh gott ich hoffe also heute fand ich mal nicht offline aber heute fange ich mal alleine an der einsame krieger genau ja dass die die letzten zwei parts die hat es hat so lange gedauert dass wir zusammen spielen konnten ich bin fast ausgerastet ich bin fast ausgerastet aber okay gut mal gucken ich konnte das spiel gar nicht spielen leute ich bin nur am meckern gewesen weil wir nicht zusammen spielen konnten naja jetzt will ich mal bisschen erkunden mal gucken bisschen so schön chillen so genießen so was das jetzt ja die gebiete mal anschauen paar mal ohnmächtig werden sterben leben töten blut lecken naja was lecken will ich unbedingt mal gucken was was das was das dass uns nach dem lager suchen wo als ich das lager zuerst erreiche oder du die orientierung verlierst öffne die karte oder nutze die spähkäfer um mich zu finden spähkäfer was ist das wenn du die basis verlässt ohne dich zu einer quest gemeldet zu haben begibst du dich auf eine expedition du kannst so oft ohnmächtig werden wie du willst nutze das um nach lust und laune zu erkunden okay wie ich wie ich immer sage forschung ist fein doch erst hauen wir rein hast du eine grillspieß dabei nein habe ich nicht habe ich grille einfach roßfleisch bis es goldbraun ist dann wird deine ausdauer erhöht drücke kreis um das fleisch vom feuer zu nehmen behalte es gut im auge lass es nicht abbrenn wenn du abtonut erlegt solltest du rohes fleisch erhalten okay von nein nicht zurückkehren so ich will jetzt mal bisschen die welt erkunden begib dich zum neuen lager haben wir doch wieder eine mission endlich mal bisschen genießen kein stress die ganze zeit alte fußspuren ich hoffe wir überleben das jetzt also ich muss noch ein bisschen reinkommen natürlich wasser muss wo gehst du hin ich hasse das wenn die wegrennen warte wo willst du nein hast du genommen scheiße alleine macht es mehr spaß guck mal ich sterbe fast nein was los oh mein gott sieht ihr ich kann alleine gar nicht mehr spielen oh thomas hallo thomas willkommen ich kann alleine gar nicht mehr spielen wo kann ich nicht wo gehst du hin aber er sieht schon geil aus äh du siehst schon cool aus bist du cool Alter üff wisst ihr was ich noch nicht verstanden habe mein schwert das wo rot leuchtet was ist das was ist das ich hab das noch nicht gecheckt aha ich glaube ich checke es ich bleib gerade ich bin es gerade am checken gut dass ich meine waffe ein bisschen verbessert habe ne und das jetzt hat sich aufgefilmt mein gott guck mal wie lebt der stirb oh Tina Turner von einem Monster oh nein 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 er rennt weg Mann Waffe wegstecken Alter ich hab 10 mal gedrückt brauchte wieder 2 Stunden er rennt weg na wir brauchen das jetzt auch diese diese fußspuren ne oh crazy hallo crazy willkommen ja Tina Turner war gerade hier Furi Can Drablo und Crack danke für den follow dankeschön leute willkommen so wo ist Tina große Jagras fußspuren wo wo ja ich bin blind bisschen kann gut sein dass aha da gefunden diese augen sehen alles ich verstehe nicht wieso wie riecht er die ganze zeit jedes mal das kacke wieso riecht du die ganze zeit ich weiß nicht das er ist ein urmensch ein neand ne wie sagt man neandertaler ja definitiv egal achilles lebst du noch ja mein hund hieß achilles ja ich will darüber nicht reden nein nicht da ich glaube er ist da lang guck mal veganer seht ihr so fröhlich ihm gehts gut aha was ist das aha guck mal r3 okay das ist zum anvisieren was ist das keine ahnung aha was ist das ich weiß es nicht okay gut mal schauen hm ja jetzt muss ich ihn suchen ne schon schön echt ja so ist es aber wenn man alleine spielt dann sucht man selber ja ist auch schön wieso nicht mal was neues ich habe so viel habe ich nicht gespielt bis jetzt ich habe vier stunden aufgenommen auf youtube hochgeladen aber das erste mal wo ich laufe in diesem spiel ohne zu rennen so bisschen guck ne alles frisch achilles lebt auch noch ich lebe noch und jetzt so aha ich brauche diese knochen oh genau ich muss gleich arbeiten was das kann ich so viele sachen mitnehmen oh aha das ist wichtig lass mich das ist der großvater von denen glaube ich guck mal wie aggressiv sie werden so jetzt wo aggressiv wo wieso ich dachte er ist tot er hat so getan ob er gestorben ist wie wie kannst du 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 haiwan also wo schlägt wo schlägt der bisschen komisch ne oho kaufnuss ja bin ich mir gewohnt er hat gar nicht getroffen jetzt fängt das wieder an guck mal wo trifft er ich bin hinter ihm er trifft mit dem kopf oh ich hasse sowas oh ich sterbe oh nein ein pflanzenfresser tötet mich dring sam dring so jetzt aber jetzt habe ich genug von dir ich muss mit der steuerung ein bisschen klar kommen obwohl ich zehn stunden schon aufgenommen nein vier aber ja ist halt eine andere steuerung ne ist auch schön aha mutter ist tot sie sind weiblich oh mein gott achilles er versucht ihn aufzufressen guck mal guck mal wie er sich tot stellt so eine lügende meine waffe ich muss achte meine waffe ist kaputt oh wie ging das nochmal wettstein oh rasier so warte ich erlöse dich genau jetzt ist er tot ah ja ja ich habe die ganze zeit ohne mit stumpfen waffen gekämpft naja ich mag es wenn es schwierig ist so challenge no you know challenge so alter ich habe gedacht das sind deine kinder männlich als kurz und deutlich haiwan so und die knochen wow wow guck mal romantisch wow fisch fritz fischt frische fische ist das piranha hm beißt ihr soll ich ins wasser oh schon adrenalin doch ich geh aha ich kann nicht schade schon schade was sind das erdbeeren oh aluvra ist auch da oh wie geht es wie steht es aluvra aluvra ich glaube valonimus streamt morgen übrigens brah unser brah streamt morgen höchstwahrscheinlich er wird er wird er wird sich äh monster hunter auch holen nicht über sofort überweisung spenden oh daio hallo daio willkommen nein crazy escobar escobar oder kreditkarte nur paypal oder kreditkarte nehmen wir auch postkarte kredit suis äh wie ich das spiel finde daio ich will noch nichts sagen mal gucken wieso willst du es holen also ich bin mir nicht sicher wie ich es finde also ich würde jetzt lügen wenn ich sage es ist mega gut macht schon spaß und so aber ich denke wenn ich ein bisschen mehr reinkomme ins spiel ne dann wird es mehr spaß machen hat es jetzt wieso spukst du mich an oh so er bekommt gleich ein kind bitte alle unter 20 nicht gucken wo schlägt der johnnenbennen oh oh tot oh mein gott das erste mal wo ist mein leben ich habe gar kein leben mehr oh mein gott wieso aha jetzt habe ich ähm was ist das jetzt gewesen voll komisch oder hä aha guck jetzt ist wieder weg weil ich nicht kämpfe vielleicht okay egal alles gut wie es aussieht links liegen lassen meinst du ich glaube auch ich glaube auch es ist aufwändiges spiel man muss also es ist kein spiel wo man zwischendurch spielt es ist eher ein spiel wo man süchtig muss sein also man muss wirklich suchten hintereinander spielen ne vor allem wenn man das spiel nicht kennt so monster hunter weil die steuerung ist schon ein bisschen anders das aber es macht schon spaß das kapsel ist eine mächtige schleudermunition die selbst starke monsterpanzerung durchdringen kann einfach so glaube ich oder weil geiler mensch die ich will mal ein bisschen die sachen anschauen immer noch gebiet 4 was gebiet 4 jetzt ich glaube ja ich würde es schon holen ja Dayu es lohnt sich schon ja ich denke dir wird es mehr gefallen also ich sage nicht das was mir nicht gefällt es mir gefällt es auch aber einfach nicht wie ja ich mache immer die gleichen beispiele aber wie ein Bloodborne wie ein Dark Souls ist es nicht für mich muss es auch nicht aber ich habe Angst wenn ich jetzt da reingehe dass ich nicht mehr erkunden kann und ich war noch nie hier und jetzt das erste mal Leute guck da muss ich hin ja es ist halt nicht Spiel des Jahres für mich sagen wir so schon cool macht spaß gehen wir mal da ein bisschen oder soll ich direkt zum Urwald oder soll ich direkt zum Urwald hmmm sprinten was ist das? was ist das? L3 aha ok ich verstehe okay deshalb ja nicht normal oh Aluvra du hast 5 Euro gespendet oh dankeschön dankeschön bra danke vielmal alter ich muss das ändern Leute ich letzter Zeit danke vielmal Aluvra für deine Spende Britney hat mir gerade privat geschrieben danke Britney du bist die Beste wirklich sie hat mir geschrieben sonst hätte ich das gar nicht gesehen dass du gespendet hast ja ich muss da mir was einfallen lassen weil wenn ihr was spendet oder so ne oder wenn ich es steht im Chat gar nicht und dann und ich habe nicht den gleichen Ton mit dem PC und weil ich aufnehme und weil ich auf der Konsole spiele und dann sehe ich gar nicht versteht ihr was ich meine sehe ich gar nicht wenn jemand gespendet hat außer ich gucke so ne dann sehe ich schon aber hören tue ich nichts das Ding das was ihr hört höre ich nicht ja aber danke vielmal dankeschön ey das wäre voll peinlich jetzt ist ein gebratenes Steak um es wieder herzustellen das wäre jetzt voll peinlich gewesen wenn Britney das nicht geschrieben hätte oh ja ich muss mir wirklich was einfallen lassen das ist schlimm danke vielmal nochmal so ich wollte essen aber nein niemals und Alomra wir wollten dich rufen aber es war kurzfristig weißt du wegen Valonymus aber schreib mir wenn du kannst dann kommst du zu mir und dann spielen wir auch zusammen ne einfach du hast schon meine Nummer oder und ich muss dir noch folgen auf instagram 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 ja ich habe gehört du sammelst auch so so Sachen ne Valonymus hat schon gesagt dass du Destiny waffen gekauft hast die waffen gekauft hast ne schon wei wei du auch wei nicht gedacht ich habe gedacht du kaufst nur filme oder so wo ausdauer wo ausdauer oh guck mal mein ausdauer ist schon weg schon weg ich muss essen genau ja voll das wäre super du kannst auch am abend da bleiben und dann können wir auch über also durch machen stream so charnung bei dir keine komm 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 weiblicher ninja wer ich hab schon was von tina turner das stimmt schon aber naja warum gehst du die noch mal ganz ehrlich ich dachte die knochen nicht werden gut damit ich die noch mal habe ich wollte eigentlich gar nicht das ist eine gute frage naja ich weiß nicht nicht gut soll ich direkt zum zum lager ich wollte eigentlich bisschen bisschen hier erkunden naja da war ich ja schon aber ein bisschen so panzer man bekommt ja diese sachen die ganze zeit also wenn man looted feuerkraut okay es sind ja mal okay eine frage an die zuschauer falls jemand das spiel kennt das wäre hammer wenn das wenn ihr das mir sagt das ist doch das leben von achilles ne das grüne glaube ich mal gut und oben das was ist das für eine farbe das ist doch diese das hier was ist das wenn das rot wird wenn ich die gegner treffe und das rot wird was passiert dann mache ich mehr schaden das gelbe ist ausdauer das habe ich auch kapiert ich glaube dass damit mache ich mehr mehr schaden oder wenn das ganz rot ist ja ich glaube wenn ich hintereinander so angreifen hat oh felix felix ja ich habe gesagt ich kann früher nicht gut oder willkommen hallo hallo so okay ich gehe mal jetzt gehen wir mal so kann man will mehr sehen war das hier schauen wir mal auf die karte gebiet ich muss bestimmt mal wie groß und wir haben was gesehen bis jetzt das wir haben nichts gesehen okay ich gehe mal so begib dich zum neuen lager destine fern ja und und wie ist es wie ist die waffe und wie heißt auf instagram schreibt mal kannst mal schreiben leute folgt aluwra ist er ist ihm nicht aber also ja er macht er kauft sich figuren und so auch zurück zum hauptquartier ist es da nein nein oder ich bin die expedition ist beendet wir haben so viel gesehen okay ich muss jetzt mal gucken natürlich habe gar nicht geschaut was ich bekommen habe sollte schon gut sein forschungsstufe aliko stufe 4 wo bin ich stufe was forschungsstufe 110 vieler okay so kann man auch geld verdienen oder nicht naja playstation 4 pro darts 3 und monster hunter bestellen hast du darts 3 noch nicht oha wie kannst du nur ich habe das spiel 110 mal gespielt ich habe hochgeladen ich habe es live gespielt und du hast nie geschaut naja es kann niemals spät genug sein früh genug sein wir treffen uns am tor alter guck mal wo ich bin naja ok wir sind hier wir haben nichts erreicht anscheinend ich bin wieder zurück nach hause gekommen gut ich gehe mal meine hose herstellen war das hier oben wo war das schmied nochmal ich sollte mir die diese diese symbole merken du kannst dich auf eine expedition begeben indem du einfach durch das tor gehst oder du kannst die weltkarte benutzen wie es für dich am einfachsten ist nein nicht da wo war das nochmal nein das ist da kann man essen wo ist der schmied ah da ist der schmied ich habe ihn gesehen endlich so mal gucken ob ich das jetzt herstellen kann schmiede ich darf mich nicht viel bewegen mein stuhl ist brutal was sagt er nichts wichtiges ausrüstung schmieden verbessern nein schmieden genau und jetzt was brauchen wir das hier habe ich die benötigten materialien habe ich endlich endlich so 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 und und DLC's hast du auch schon gespielt möchtest du das ausrüsten ja bitte so okay gut wir haben jetzt alle rüstungen an endlich mal und jetzt Waffe, Ausrüstung verbessern, kann ich die schon verbessern? Geht das? Ah, man zur nächsten Stufe Verbesserung übrig, 5 Also man muss Punkt Rüstungsteile verbessern, jedes Rüstungsteil besitzt eine Stufe durch die Verwendung von Rüstkugeln kannst du Punkte erhalten Um die Rüstungstufe zu steigern Das Aussehen der Rüstung ändert sich dadurch zwar nicht, aber ihre Verteidigung wird verbessert Die Stufe eines Rüstungsteils kann nur begrenzt oft gesteigert werden Die erhaltene Punktanzahl hängt von der verwendeten Rüstkugel ab Okay Na dann Okay, ich will aber jetzt gar nichts verbessern So Jetzt sehen wir gut aus Oho Ja Gut Jetzt machen wir Jetzt findet das Lager im uralten Wald Let's do it Vielleicht mal wieder was essen Oho Bond-Stangen-Satter Mit Geld bezahlen Angriff hoch Ja Okay Felix Ja, das ist super Die LC ist schon ziemlich schwer Ich empfehle dir zu fahren Na Sonst Schon schwer Die LC Okay Toll Juhu Jetzt bin ich bereit Wie es geht nicht mehr Jetzt Let's do it Jetzt Schaffen wir das Finden wir das Na Aufbrechen Wisst ihr das Spiel Wäre noch geiler Wäre es bisschen Ich weiß auch nicht Bisschen ernster wäre Nicht so ein bisschen Es ist ein bisschen so Ich will ja nicht sagen Aber Bisschen Ins lächerliche gezogen Dark Souls 1 Ich werde es Definitiv holen Auch für die Nintendo Switch Ich überlege es mir Und du Holst es dir auch Ja Ich überlege Ich überlege wirklich Für die Playstation 4 Und Nintendo Switch Zu holen Aber auf Amazon Kostet Dark Souls 1 Nur 40 Euro Wieso Schon krass Und auch WoG Kostet das 70 74 Sogar So Die Ladezeiten Sind schon krass So Let's do it Willst du auch was sagen Lager Lager Okay Gucken wir mal Wo das Sein könnte Wo ist das Wo ist das Okay Lager Ich glaube man muss es erst finden Damit es da Drauf ist Was das Okay Naja Gut Mal gucken Ob wir das jetzt finden Wäre schon schön Hier drüben Aha Was ist das denn Ein Zwerg Hallo Hallo Oh hallo Ich bin ein Forscher Der Kommission Mein Fachgebiet Sind die Grimal Kühnen Ja Die Grimal Kühnen Die Grimal Kühnen Sind eine in der Neuen Welt Heimische Linianer Art Oh mein Gott Was ist das alles Ich würde ja gerne Bist du alt Bist du alt Sehst jung aus Korkiller Hallo Willkommen Hallo Hallo Ich bin immer da Immer Willkommen Was ist das Feuernuss Das Spiel sieht so bunt aus Oder Ich weiß auch nicht Wie Mario Fast Ah meine Kondition Guck mal Ich muss ja Oder Muss ich jetzt schon Fleisch essen Nein ich hab ja Ich hab ja Ich hab Wo steht das Nein das kann man gar Nicht so anschauen Das verstehe ich nicht Ich glaube ich muss Kämpfen damit man das Sieht Ja Maximal Ich hab maximal Kraut Wie kannst du Wo sind die Monster Haben sich Versteckt Boah Was ist das Fisch Kann ich mit denen auch kämpfen Natürlich Was für eine Frage Wo schlägt der Oho Nein 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 Da guck Nein nein bleib da Wo gehst du ÖV Tot Krass Gayao Gayao Bisschen japanisch Naja Gayao Material Durch zerlegen Erhalten Was abweisend Für Ausrüstung Verwendet Tschüss Nein Blätter Das finde ich komisch Guck mal Wieso trifft er nicht Wo schlägst du So Come Gayao Was das denn Oh Guck mal Er kann nicht schwimmen Ist ja nicht Knuddelig Knochenhaufen Okay Nimm 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 alles Seht ihr Das leuchtet ja Rot Ich hab das Irgendwie noch nicht So verstanden Für was das ist Komisch Okay Soll ich da lang gehen Oder da lang Geben wir mal so Ein bisschen Alter Wisst ihr das Die Frösche Die sind immer so Gefährlich Was da ist Frosch Bist du gefährlich Du brauchst Munition Für die Schleuder Siehst du Irgendwo etwas Nützliches Herumliegen Nein Achilles Pass auf Ja also Frösche Sind extrem Gefährlich Auch im Echten Leben Finger weg Davon Fischstäbchen Ich hab schon Ich hab immer wieder Gestreamt Aber halt Bisschen Unregelmäßig Kann man die töten Oho Oho Was das T-Rex Nein Soll ich mal Jetzt hab ich doch Steine Man braucht Steine Gut Wenn du schlau bist Kannst du mit der Schleuder Monster Ablenken Schlau bist Okay Oho Ist das Kann ich den Tüten allein Ich glaub der hat uns nicht gesehen Okay Oho Was das Er sucht mich Sieht schon cool aus Oder Stimmt Also ich mach Schon wenig Schaden Was das Eine Biene Oho Eben Das Das stört mich Guck mal Was macht der Oho Nein 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 Oho Schnell Trink schnell Aha Ich lebe noch Oho Ah Der ist ja voll agressiv Schnell Schnell Okay Okay Jetzt Wer ich treffen kann Löse Oho Nein 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 Oh oh Ich bin tot Bin ich tot Oh mein Gott Ich bin tot Oh mächtig Ich bin oh mächtig geworden Alter Der macht dir Voll viel Schaden Tschüss Was das Wie ein kleiner T-Rex Ja Sieht schon cool aus Aber Oh nein Gucken mal Ich habe jetzt nur noch 5 Getränke Kann ich die auch hier herstellen Nochmal Objektbeutel Was ist das Geierhaut Monsterknochen Hm Ah doch Gucken mal Ich kann ja herstellen So Aber das stresst mich jetzt Mann Er ist voll stark gewesen Oh Gott Ich glaube meine Rüstung ist schwach Und Waffe auch Naja Da steht wo ich gestorben bin Pass auf seine gefährlichen Tritte Und bis auf Anja ist ein streitlustiges Monster Das jeden bekämpft Aha Ich habe es gemerkt Da bin ich gestorben vorhin Was das Minus 16 Hier drüben Keine Ahnung Gehen wir mal da hin Nochmal Ich will es nochmal versuchen Du kannst wieder Du kannst jetzt wieder essen Okay Anja Oh Meine Exfreund Oh Sie hat mir gezeigt Sie hat immer gesagt Irgendwann wirst du Das bekommen Was du verdienst Ja Ich verstehe Jetzt besser Okay Gehen wir mal zu Zu der lieben Anja Ja Ja Schon Magst du Monster Hunter nicht Alufra Gefällt Gefällt dir das Spiel nicht so Guck Da ist er Die liebe Anja Oh Gott Oh Gott Na Was soll ich jetzt machen Es angreifen Noch ein Versuch Aha Knochenhaufen Die habe ich doch schon genommen Oder Oh Hat mich schon gesehen Toll Ulf Ulf Suchst du mich Oh mein Gott Er kann klettern Okay Scheiß drauf Gehen wir mal so weiter Scheiße Ähm Da vielleicht Oder soll ich da lang Gehen wir mal so Ich habe keine Ahnung Wohin Anjas Fußspuren Wer ist Anja Ohne Scheiß Jetzt Ist das Verarscht mich da jemand Versuchs nicht Ist zu stark Ja Definitiv Wir machen kaum Schaden Und bekommen viel Schaden Was ist da Gar nichts Okay Naja die Welt sieht Somit ist gut aus Irgendwie bewegt sich alles So lebendig Es geht Gefällt dir das nicht so Hier drüben Okay Ah guck mal Chakras Stufe erhöht Aha Junge Junge Es gibt schon viele Sachen Zusammen Oh Gott Oh Nein Ja okay Dankeschön Oh fuck Das ist deine Chance Beeil dich Bevor man dich wieder bemerkt Wo meine Chance Bei was Nein nicht die Genau Die will ich töten Oh Wieso kann ich die nicht anvisieren Oh mein Gott Das darf man stressen aber Wow Der ist aber schnell gestorben Ne Voll Willst du auch nicht kaufen Also gefällt es dir nicht so Also habe ich richtig verstanden Das was du siehst Gefällt dir nicht so Dinosaurier und so Magst du nicht Das sind schon Dinosaurier Kann man schon so sagen Na die Steuerung Also ist schon ein bisschen Wie soll ich sagen Das ist schon gewinnungsbedürftig Definitiv Also man muss schon Reinkommen Ich denke so Zehn Stunden Bis man so voll drin ist Nein Fünf sechs Stunden Dann hat man bestimmt Auch mehr Spaß Ist halt alles zu viel Wie Xenoblade Xenoblade 2 Ist auch so Alles so ein bisschen Überladet Also Die neuen Sachen Aber danach Wenn man drin ist Macht es Schon Spaß Guck mal Wie viele Sachen Gourmetpilzut Habe ich bekommen Oh Schon schön Was das Abkürzung Nein Das ist Normales Playstation 4 Nein Playstation Pro Habe ich nicht Habe ich nicht geholt Also wenn ich jetzt Neue Playstation 4 Kaufen würde Würde ich es holen Aber lohnt sich schon Aber wenn man Eine Playstation 4 Hat Lohnt sich es nicht Dann lohnt sich Eher Xbox One X Weil dort ist Die Grafik Nochmal besser Ah ok Also bist Äh Vorsichtiger Naja Kann ich gut verstehen Ist halt schon teuer 70 Franken Ich habe jetzt 70 Franken Bezahlt Ist schon Schon viel Geld Definitiv Wenn man nicht sicher ist Ob man es jetzt 2-3 Stunden spielt Und dann Holt man sich Also hat man keine Lust mehr Auf das Spiel Mich hat Britney gestreamt Gestresst Sie hat gesagt Kauf Kauf Nein nein Spaß Oh Anja Geh weg Anja Oh Gott Nein 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 Oh Das ist so geil Wenn er wegrennt Ich mag das Sieht so ein bisschen Lächerlich aus Ob er Angst hätte Ok Ich glaube da wohnt sie Ne Naja Gehen wir mal weg von da Lager Wo 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 Vielleicht mal da hoch Ich glaube nicht Ich glaube nicht Dass es da oben ist Er hat doch gesagt Diese Fuß Diese Speer Speerkäfer Oder Ne Da kann man die auch suchen Genau Oder Ich bin mir nicht sicher Wie kann man jetzt das finden Da muss man alles mal anschauen Sieht trotzdem flüssig aus Normal Ich spiele Deswegen Sonst Nein Wieso hast du gedacht Es ist nicht flüssig Doch 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 Aber Ich würde schon Playstation Pro holen Ja So Ich habe Nicht dass ich mich jetzt da verlaufe Oh mein Gott Was das Oh was ist das Hier drüben Wer bist du denn Oh ein Meerschweinchen Was ist das Oh was Meerschwein Das ist ein Soili Das ist ein Soili Ein Schwein Namens Babe Kennt ihr diesen Film Ja Schweizer Film Oh nein Was machst du Von wegen Veganer Er will essen Er beißt nicht mal zurück Ich habe schlechtes Gewissen Na er ist tot Mooswine Heißt er Okay Interessant Nicht in den Mund nehmen Alter Junge Junge Mein Kind Er will alles Ja In den Mund stecken Was ist das? Anja Also Das ist die Kacke Ja Nimm ne Rieche Anja ist überall Sie lebt hier Ja Meine Meine ist auch nicht neu Ist schon laut Oh Guck mal Die wohnt da Die wohnt wirklich da Geh weg Oh Gott Lieber weggehen Es lohnt sich nicht Zu sterben Ja Okay Gucken wir mal Auf die Karte Aha Lager Wo Lager Was das Minus 15 Meter Entfernt Nein Kilometer Ah ok Ähm Was das Rankenfalle Eine riesige Masse Aus Ranken Kann Große Monster Kurzzeitig Bewegungsunfähig machen Okay Ähm Was das Aha Ja Ja wir haben ein Problem Ich weiß nicht wohin Ich könnte auch stundenlang Da alles anschauen Ne Also das sind wir Kann ich auch dahin Ich glaube schon Vielleicht mal Hier drüben Wo hier drüben Was haben wir da noch Ja ich Aha da guck mal Es zeigt uns den Weg Nein Mal gucken Wohin es führt Oh Brittany ist auch da Oh Was für eine Ehre Wie geht's Wie steht's Brittany Willkommen Oh Das sieht Oh Gott Das sieht Unheimlich aus Hier Hey Aber das ist schon geil Dass man so viele Sachen Mitnehmen kann Das gefällt mir Definitiv Eine Pflanze Die eine Die einschläfende Substanzen enthält Und zur Herstellung Von Beruhigungsmitteln Verwendet wird Oh Das ist doch Ritalin Oder Ja ich kenne Wö Was das Oh Oh Sind das Maden Nein Nee Pflanzen Okay Ich laufe Einfach Wir erkunden Alles so ein bisschen Bisschen alles anschauen Ein Insekt Das tausend Jahre lebt Es erhält Durch Kombination Mit Objekten Deren Eigenschaften Brittany Weißt du Wo Das Lager ist Weißt du das Muss ich da einfach Nachlaufen Ja Bei diesen Ist das Käfer Er sagt doch Die Bei den Käfern Ich glaube Ich glaube schon Wir können so Zurücklaufen Oh Was das Oh Shit Ulf Okay Scheiße Da Das Ah da steht der Typ Oben Rätsel Auf der Karte Ist ein kleiner Grüner Punkt Nein Und ich suche ihn die ganze Zeit Nein Ich suche ihn nicht Aber Nein Okay Brittany Was ist Wenn man R3 drückt Guck mal Ich kann damit anvisieren Und wenn ich jetzt nochmal drücke Unten links Bei der Karte Guck mal Was ist das Dann tue ich da Was ändern Und wenn ich nochmal R3 drücke Ist das auch weg Und wenn ich jetzt nochmal drücke Das ist das wieder anvisieren Was ist das genau Stirbendlich Meine Güte So Ein paar Sachen Habe ich noch nicht So ganz Verstanden Das weiß ich auch nicht Ich auch nicht Okay Okay Naja Oh Was ist das So Machen wir hier einen Cut Das ist ja Und Was ist das Vielen Dank.